Einen wunderschönen guten Tag, liebe YouTuber und YouTuberinnen da draußen. Wie der Titel schon sagt, ich möchte euch aufrufen, euch bei mir zu melden. Und zwar, ich möchte ein kleines Projekt starten oder auch ein großes Projekt. Das kommt auch ganz darauf an, wie viele YouTuber da mitziehen. Und zwar, es ist völlig egal, wie viele Abonnenten ihr habt. Es ist völlig egal, wie viele Viewer ihr habt. Was mir wichtig ist, ist, dass ihr ein anständiges Mikrofon habt. Zum Beispiel dieses hier oder vergleichbar geht einfach darum, dass man euch halbwegs gut versteht. Und ich möchte mit euch zusammenspielen. Ich möchte eure Fanbase, meine Fanbase und allgemein die gesamte Fanbase ausbauen. Und ich finde, wir kleinen YouTuber und auch etwas größeren YouTuber, wir sollten alle zusammenhalten und einfach unsere Qualität zusammen präsentieren. Und aus dem Grund rufe ich euch auf, meldet euch bei mir. Und dann können wir bestimmt irgendwelche Projekte finden, die wir zusammen machen können. Ich würde mich auf jeden Fall riesig freuen. Jeder ist dazu herzlich eingeladen. Das Einzige ist nur noch, ihr solltet mindestens 16 Jahre alt sein. Denn ihr hört es ja, ich bin selber auch schon einer der älteren Riege. Und wir sollten uns alle einfach aufeinander abstimmen. Und aus dem Grund, ihr seid auch herzlich auf meinem TeamSpeak Server willkommen. Den haue ich euch auch noch in die Beschreibung rein. Ihr könnt gerne vorbeikommen, ihr könnt mir Fragen stellen, alles was ihr wollt. Und ja, ich hoffe, wir finden da zusammen einen Nenner und jeder ist herzlich eingeladen. Das war es dann auch schon wieder von mir. Solltet ihr noch Fragen haben, schmeißt es mir in die Kommentare. Ich beantworte jeden Kommentar natürlich. Und ich schaue mir euch eure Videos genauso an. Also macht's gut. Servus.